Endlich ist sie vorbei die Woche, viele können schon fast nicht mehr abwarten nach dem Gegurke, was wir in dieser Woche hatten und ich strahle auch noch so. Naja, es ist für uns aktive Händler ja durchaus attraktiv, wenn wir heftige Bewegungen sehen, insofern freuen wir uns darüber. Wir wollen uns mal angucken, was wir jetzt für heute, für den letzten Tag noch erwarten können und müssen. Ich will euch das mal an einem Beispiel jetzt zeigen im kurzfristigen Bereich und dann wollen wir allerdings heute nicht die Indizes so sehr in den Fokus bringen, denn die mache ich wieder am Wochenende im längerfristigen Video und da werden wir darüber natürlich reden, was das jetzt auf sich hat mit der Bewegung. Aber Gold und Silber bleibt also unbedingt jetzt mal mit dabei, dann gucken wir uns das mal genauer an. So, wollen wir mal schauen, was der Markt hier aktuell geboten hat beim S&P und das ist exemplarisch für das, was vielleicht heute Nachmittag noch kommt. Schaut euch mal das an, das ist so dieses 5-Minuten-Chart. Ich will das längerfristige jetzt im Moment gar nicht angehen, lasst euch also nicht irritieren da von irgendwelchen Zeichnungen, aber wenn ihr eine starke Bewegung habt und das wird gekontert durch eine relativ schwache Bewegung, schwach heißt mit Kursüberschneidung, viel eher seitwärts tendierend und so weiter in der Form, dann habt ihr die besten Voraussetzungen, dass ungefähr das, was vorne passiert ist, da hinten nochmal passiert. Also, dass wenn wir vorne eine steile Bewegung haben, die heftig in eine Richtung gegangen ist, dass wir das nachher nochmal bekommen, ist sehr, sehr typisch. Warum erzähle ich das Ganze? Das ist doch eine olle Kamelle. Ja, das ist es. Warum erzähle ich euch die alten Sachen? Weil es sich aktuell ja wieder anbietet und wenn ihr jetzt gleich freiwillig euch mal den DAX anguckt, beispielsweise oder die anderen Indizes, dann stellt ihr fest, das haben wir doch hier schon fast schon wieder. Jetzt sind wir hier sehr steil auf dem Weg nach oben unterwegs. Und wenn wir nachher mal ein bisschen wackelig runterkommen, dann haben wir die Chance, dann wenigstens ein bisschen da nochmal mitzumachen in der Erwartungshaltung, dass sich das in etwa nochmal fortsetzt. Stichwort dazu, wo kommt man dann da rein? Naja, der Trigger ist halt der Klassiker, nämlich diese Zwischenhochs. Ich habe euch das deshalb mal gezeigt, weil das so exemplarisch ist, das jetzt hier im 5-Minuten-Chart und wer jetzt ein bisschen schon mitdenken mag und sagt, Mensch, ich habe Spaß daran, ich gucke da selber schon mal drauf, der kann mal schauen, zu welchen Schlüssen er kommt hier im Stunden- oder 4-Stunden-Chart und das dann gerne mit mir vergleichen mit dem, was ich dann ja am Wochenende für euch dann dazu aufbereite mit dem etwas größeren Bild, also jetzt nicht gerade im 5-Minuten-Chart. Ich will aber mit euch jetzt mal Gold anschauen, denn Gold ist auch so ein ganz typisches Exemplar und hat jetzt Sachen gemacht, die viele nicht so schön finden. Zumindest mal nicht aus bullischer Sicht ist es nicht so sehr das, was man sich vorstellt, nämlich das Brechen von Unterstützungslevels. Jetzt können wir uns mal angucken, zu was das denn vielleicht in der Lage ist. Nochmal ganz kurz mein Geklär von vorher. Ich mache mal hier so ein bisschen räumig auf, damit ich mache das gerne mit euch zusammen. Warum bereitet er sich nicht vor? Na, ihr sollt ja sehen, dass daran gearbeitet wird an den Charts. Was wir hier hatten, ist dieser Trendkanal nach oben. Das ist übrigens eine ähnliche Situation wie bei Euro und US-Dollar. Schaut euch das gerne dort ebenfalls mal an, damit sich das einbrennt. Es geht mir darum, dass ihr das auch schön nachvollziehen könnt. Und dann sehen wir, dass der Kurs hier oben ja abgeprallt ist, was nicht zu erwarten, also nein, falsch formuliert, was nicht sicher ist, dass der Kurs danach nach unten gegangen ist. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, hey, guck mal, hier habe ich Linien eingezeichnet, ist der Kurs abgeprallt. Erinnert euch vielleicht, ich habe hier gesagt, er ist ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob er da dreht, aber wenn er irgendwo dreht, ist es vorzugsweise dort, wo viele Linien sind, Stichwort Cluster, wo vielleicht noch der Trendkanal, diese Symmetrien da so passen. Das würde sich extrem anbieten. Jetzt hat er das tatsächlich gemacht und jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten. Dabei hat er Zwischentiefs, das kriegen wir noch mal schöner hin, hat er Zwischentiefs durchstoßen. Ihr seht das hier, dieses Zwischentief, das ist das Tief vom 18. Januar und noch imposanter vom 7. Januar. Und damit haben wir wieder dieses Bild, was ich euch eben gezeigt habe, in 5-Minuten-Chart Nasdaq. Jetzt sind wir hier bei Gold im Tageschart. Letztlich ist es genau das wieder und die Erwartungshaltung ist nicht so schlecht, dass wir das, was wir hier vorne hatten, hier hinten noch mal bekommen. Also, dass das, was wir bisher haben, noch längst nicht alles ist, dass der Kurs noch mal runter geht. So, und jetzt komme ich zu diesen Marken, diese Unterstützungsmarken. Ja, also bitte nicht an dieser Marke, also nicht hier unten Short gehen, also da unten nicht mehr, also da. Das ist dann weit weg. Da sind wir ja schon fast in der Nähe von möglichen Zielmarken, wobei wir ja schon gesagt haben, übergeordnet geht durchaus sogar noch mehr. Die 1600er-Marke ist für mich noch nicht vom Tableau gestrichen. Das ist absolut noch realistisch, dass wir die noch mal erreichen. Aber die Chance ist zumindest mal da, dass wir nach dieser 1-zu-1-Geschichte ungefähr, das ist nur eine grobe Orientierung, mal in die Chance kommen, dass der Kurs wieder realistisch dreht und vielleicht doch noch mal was Bullisches leistet, auch wenn ich, immer noch so meine Schwierigkeiten mit dieser Aufwärtsbewegung, ich finde die nicht so attraktiv, als dass man sagen kann, die Leute wollen unbedingt jetzt hier kaufen. Den Eindruck, den habe ich da nicht unbedingt. Also, nicht an dieser Stelle shorten, das ist natürlich viel zu spät, weil dann sind wir ja schon fast da, wo wir wieder ausgehen davon, dass wir eine realistische Chance haben für einen Dreh. Ähnlich analog zu dem, was wir hier hatten. Da hatten wir das, dann hatten wir hier so diese Mittelkorrektur und dann dieses Teilstück. Also, das macht da natürlich keinen Sinn. Jetzt hier zu shorten, ja, von der Logik her finde ich das super. Eigentlich wäre es noch besser oder vielleicht auch okay gewesen, an dieser Stelle zu shorten, zumal es den Trennkanal auch verlassen hat. Jetzt hier zu shorten, ja, das geht noch einigermaßen. Es ist noch Platz. Also, jetzt vor Wochenende noch mal ein Shorty. Ich sage mal so, was ich lieber hätte und was viele Saisonale wahrscheinlich sowieso ganz toll fänden, also Freitags-Saisonal sozusagen, wäre hier noch mal zu gucken, dass der Kurs hier vielleicht eine wackelige Gegenbewegung noch mal leistet, um dann von diesen Niveaus, den etwas höheren, den Trigger zu finden für eine Abwärtsrichtung. Und dann seht ihr, wenn ich jetzt diesen ersten Teil hier habe und den hier hinten noch mal verlängere, dann komme ich ja auch auf so eine 1 zu 1 Situation. Das heißt, das manifestiert noch mal die Überlegung, dass der Kurs zumindest mal bis dahin geht und mit Chancen auf, ja, immer noch ein bisschen mehr nach unten. Ich weiß, es ist total unbeliebt. Viele sagen, na, das will ich gar nicht hören. Ich bin noch bullisch da drauf aktuell. Es ist aber nur mal dieses typische Vorgehen, was der Markt super, super gerne eben hat, nämlich scharfe Trendbewegungsrichtungen. Wenn die abgelöst wird von was Wackeligem, ich zeige euch hier noch mal einfach, dass ich das Auge dran gewöhne, wenn ihr sowas habt und dann eine etwas wackelige Abwärtsbewegung, dann setzt sich das wahnsinnig gerne noch mal fort. Das muss nicht so sein. Ich kann euch jetzt schon garantieren, dass es in vielen Fällen nicht so kommt. Aber meine Gewinnidee, wenn ich an so im Zwischenhoch long gehe, ist ungefähr diese Länge. Meine Stoppidee ist im Zweifelsfall diese Länge. Und wenn ich auf die 78 stoppe, sogar nur diese Länge. Und dann könnt ihr schon sehen, ich riskiere deutlich weniger, als ich auf der Gewinnseite habe, da ich brauche keine. Leider geht es nicht mehr. Ich hätte ja auch gerne 100% Trefferquote. Aber das geht halt leider nicht. Denn wer weiß, was heute noch passiert, wer weiß, was für Nachrichten aufschlagen und wie der Markt und die Marktteilnehmer darauf eben entsprechend reagieren. Also es sieht im Moment nicht so doll aus mit Gold. Fassen wir mal kurz zusammen. Es gibt die Chance, dass wir im Umfeld dieser Unterstützungsmarken jetzt in so einen Dreh reinkommen. Alternativ zu so ist natürlich immer der Klassiker einfach nur A, B, C. Die Quintessenz ist die gleiche. A, B, C oder mehrfach wackelnd ist eine Gegenbewegung, wenn das so ist. Und wenn es hier so getriggert wird, dann hat man da den Einstieg und ihr seht, der ist sogar ein bisschen höher und bietet uns dann ein besseres CRV in diesem Fall. Das vielleicht mal als Idee für den heutigen Tag, weiß ich nicht genau, zumindest mal auf der Zeitebene wird das sicherlich ein bisschen dauern. Trotzdem als Orientierungshilfe für all diejenigen, die da jetzt auf der Suche sind. Natürlich mit der Einladung, gegebenenfalls das in kleineren Charts wiederzufinden. Also zum Beispiel im 15-Minuten-Chart. Solange es wackelig hoch geht, ist das kein Kaufmarkt, sondern ist es etwas, was sich nochmal fortsetzt. Und wenn es steil hoch geht, guckt, dass es wackelig runterkommt, um euch Long zu triggern. Kommt es nicht wackelig hoch, sondern wie in dem Beispiel dann wieder steil runter, kommt man auch nicht fälschlich, nicht so häufig zumindest mal fälschlich, in den Markt. Achtet also auf genau die starke Bewegung, dieses klassische A, B, C-Bild und die Erwartungshaltung, dass sich das fortsetzt. Dann habt ihr relativ viele gute Situationen im Petto. Abschließend bei Silber. Ich will es gar nicht in die Länge ziehen. Hier seht ihr ungefähr das gleiche Szenario. Die letzte scharfe Bewegung, die wir hatten, war diese. Dann sind wir jetzt in die Kiste gekommen. Also sprich nochmal nach unten. Ist absolut typisch. Würde auch das längerfristige bullische Bild gar nicht stören. Und dementsprechend haben wir da eine ganz gute Chance, da reinzukommen. Auch hier gilt, wartet auf etwas Wackeliges nach oben, um euch gegebenenfalls in Trendrichtung da nochmal mit reinzunehmen. Ja, das ist es von meiner Seite. Diesmal ein bisschen weg von den Indizes, denn die mache ich ja am Wochenende. Wie gesagt, ihr schaut mal selber drauf unter dem Gesichtspunkt. Ich hatte eingangs ja den S&P schon euch gezeigt. Schaut mal, ob ihr das bei den anderen Indizes auch findet. Für heute drücke ich euch die Daumen nochmal. Ich wünsche euch anschließend ein schönes Wochenende, zumindest mal an dieser Stelle schon mal. Vielleicht sehen wir uns ja noch in dem einen oder anderen Beitrag heute im Laufe des Tages. Bis dann. Ciao, ciao.